Nein, Asch. Ach doch, mach's halt an. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer verplanten Runde, Bad Wars. Ach, gib hier auf. Ah ja, ich glaub, ich müsste gut raus. Mal wieder mit einer kleinen Challenge. Äh, das erste Mal mit einer kleinen Challenge. Nee, bei mir war's nicht. Kack, ich glaub, das ist zu laut. Ah, nee, geht so. Ah, das ist perfekt, doch. Ja, sollte passen. So. Äh, und zwar ist es so, ich werde jetzt die Tastatur betätigen, äh, Challen... Ha, 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 ha! Die Challenge hatten wir schonmal. Äh, bei... Bei wem war das? Ähm, warte... Ich lieg mir mal auf der Zunge. Welches Team? Äh, erstmal einfach... Ich glaub von Escape war die... Nee, nach da, nach da, zu dem. Ja, du machst die Maus, nicht? Ja, ich weiß. Du was hältst. Nee, du äußerst nicht. Egal. Auf jeden Fall, äh, ich hab die Maus, er hat die Tastatur... Ach genau, kommt Crafter und Kran Crafter. Nee, genau so war das. Und diesmal sitzen wir auch zusammen an dem Mikro. Das heißt, die... Ja, schau mal die Folies ganz gut. So verziehst du hin! Alter! Scheiß drauf! Warum noch höher? Ja! Hahaha! Einfach weiter, ja, einfach weiter. Ist nix passiert, ja? Nix passiert. Alter, manchmal würde man dann echt gern die Maus einfach in die Hand nehmen. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Und sowas musst du dann halt machen. Okay, wie spring ich jetzt? Also, ich weiß, weil ich springe, aber... Achtung! Eins, zwei, drei! Go! Ja! Ja, ich springe nach! Ja, hab ich dein Bett bekommen, das hätt ich nicht mal erwartet. Äh... Warte, nein! Jürgen, ey, was machst du? Am Ende können wir daran sterben, wenn wir kein Bett mehr haben, ne? Mit unserem sicherer Tod. Ey, der kommt, glaub ich. Ja, dann hol den Optikstick. Äh... Rüstung... Und S. Äh... Oh, kacke! Tjant, tjant, tjant! Ist er schon da? Ja, mach halt, ne? Kann man mal machen, ich will darüber springen. Einmal, äh, Blöcke! Und du drehst dich halt wieder um. Kann seine Mauseinstellung gerne rumstellen, so wie du. Ne, ne, ne. Ist dann Doppel-Challenge? Schwach mal. Ah, scheiß drauf! Ganz ehrlich. Bau mal ein bisschen wässer. Nein, 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 bau ein bisschen wässer, damit wir da immer hinkommen, falls wir dann später sein Weg zum... Ja, passt, passt schon. So, passt doch, sag ich. Ach, schwarz ist draußen gut. Ne, wir sind... Lass doch gleich... Warte mal! Warte mal, warte mal, warte mal! Was machst du? Lass doch einfach gleich auf den Typen gehen, einfach. Der war doch grad gar nicht da. Ja, aber... Was machst du denn die ganze Zeit mit deinem Rundring da? Das versteh ich nicht. Keine Ahnung, die Mausenbündlichkeit ist scheiße, aber... Da stellt sich die um. Mann, nein, das ist ein Doppel-Challenge. 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 Da kommt der Kommt, der Kommt, der Kommt. Geh auf den Knüppel. Na, hey, ich kann das auch mit Hot... Du sollst nur mit der Maus drauf gehen, okay? Junge. Mann, du bist einfach zu blöd, ne? Ich glaube, die Sirene wäre die beste Runde einfach, ne? Ja, aber was machst du denn die ganze Zeit mit der Maus? Du musst... Du musst eigentlich gar nichts auf so einer Strecke machen. Ja, diese Maus ist scheiße. Nein, du bist scheiße. Also die ist geil und meine ist scheiße. Ach, scheiß auf Hotkin. Ich bin weg jetzt nicht. Das ist doch keine gute Idee. Das ist einfach direkt drauf. Das klappt nicht, Mann, ne? Ja. Wenn du mir nicht sagst, dass du vorhast. Ja. Gerade nicht. Gerade nicht. Ich hab heute nämlich Geburtstag... Ja, doch. Ich hab seit... Überall in der Strecke... What? Wie schnell ging die Zeit denn vorbei? Guck mal, wie oft hier schon das endlich gestorben stand. Ja. Die Decke sieht auch nur sowas ist für'n Nu. Äh... Schiff? Ja, ich drück's hilft. Was wollten wir erst denn kaufen? Scheiß drauf, ganz ehrlich. Was? John! Lass es jetzt, ernsthaft mal. Ja komm, wir gewinnen die Runde jetzt noch extra wegen seinem Geburtstag. Alter. Nein! Du bist echt so dumm, ne? Da zielst du nicht richtig. Lass so ne Kacke doch einfach. Das klappt nicht, wenn du nicht die Tastatur hast. Alter. Ja, was machst du für ne Scheiße? Ohne Scheiße. Was? Das hängt nicht mal damit zusammen, dass ich an der Tastatur bin, sondern dass er irgendwann nicht klicken kann. Ich war halt einfach hundemüde. Ich hab insges... Zu dumm. Du hast gerade Schiff gedrückt. Ich hab insgesamt, äh, nicht viel geschlafen. Ich hab insgesamt heute vier Stunden geschlafen. Also kann man sich ein bisschen mehr aufs Tastengeklick haben? Das weiß nicht mehr. Doch! Du hättest... Ich wollte auf dem Weg weiterlaufen. Was machst du? Ich dachte, du meinst nicht. Wie soll man denn da rüberspringen? Du kannst doch selbst abschätzen, ob man da rüber kann oder nicht. Nein, das sieht nicht aus wie Speed, doch. Ach, scheiß drauf. Scheiß aufs Essen. Ja, wir sterben die ganze Zeit. Wegen dir wohl. Aber wir haben bis jetzt schon irgendwie ein Bett bekommen. Von daher. Was machst du denn jedes Verkanzte meiner? Hätt diesmal... Hätt diesmal hab ich nix gemacht. Doch. Ja eben. Du denkst immer, man kann da lang springen und du musst dann einfach gar nichts mehr machen. Aber nee. Wollen wir nicht irgendwie sowas mal Halbzeit machen und irgendwie mal wechseln? Das ist die Tastatur nehmen und du den machst. Können wir machen. Gut, dann beim nächsten Kill... Kill? Oder Death? Du weißt, was ich meine. Beim nächsten Tod halt. Death. So. Oh, wir haben es echt geschafft. Oh, komm. Den killen wir jetzt. Hochbauen, hochbauen. Knockback zur Seite. Achso. Okay, hochbauen. Hochbauen. Ach stimmt. Der liebe Death and Hell ist natürlich der einzigste Mensch auf dem ganzen Welt. Umdrehen. Danke. Hallo. Alter, der Typ stimmt auch die ganze Zeit. Ganz ehrlich. Was machen wir denn eigentlich? Jetzt springen. Was soll diese Scheiße? Schatten wir mal irgendwas zusammen. Okay, wechseln wir jetzt. Nein, warte. Wir schieben einfach die Maus auf die Seite. Okay, ich glaub die kleine. Nein, wir müssen wechseln. Die ist nicht so lang. Wir wechseln jetzt den Platz mal. Wir kommen heute noch ne Kopfhörner. So. Easy. Schreiber. Mach doch mit beiden hin. Was ist jetzt los? So. Hotkey. Nein. E. 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 1, 2, 3, 4. Danke. Danke. Geil. Das war auf jeden Fall ne geile erste Runde. Vielleicht wenn wir noch ne Runde SG. Das wird dann auf jeden Fall am besten sein, ne? Es ist ruhig, 커리, die Leute squareser, die Leute. Genau. war es das nicht mehr? steal! Und weil wir ihn ihren einen Coll Amenosser im��bleiven 소개 hin�ants... Es ist dadurch jetzt.. wird es durchaus Colon